einen wunderschönen guten tag miteinander geliebte brüder und schwestern nun denn fangen wir mal an mit dem wichtigsten thema jetzt und zwar möchte ich etwas neues raus bringen und zwar einen merch mit dem design das ich jetzt mal von euch erstellen lasse zu beginn das design was es am ende werden wird derjenige bekommt eine kiste vollgepackt mit einem haufen geilen scheiß auf meinen dreckigen nacken selbstverständlich und ich rede jetzt nie von 25 euro psave cord sondern wirklich was fettes was richtig fettes das ist schon mal klar also ich zeige euch mal was es geht wer instagram hat und mich dort verfolgt der hat das schon gesehen ihr kennt das bestimmt das war männer tag letztes jahr und da habe ich das rumgeschrien im bahnhof und daraus möchte ich jetzt im prinzip einfach so ein motiv machen und was ich brauche ist ein png also so ein bild was halt ausgeschnitten ist wo man den hintergrund nicht sieht ihr solltet das schon verstehen was so ungefähr aussieht das jetzt zum beispiel ist vom mediamarkt mitarbeiter es wäre gut wenn ihr in den e-mails e mail adresse steht noch mal in der beschreibung wo die bilder hin sollen bitte eure instagram namen mit dazu schreibt damit ich auch weiß wenn ich da markieren kann auf instagram so zum beispiel finde ich schon ganz geil heute wird sich flüssig ernährt so dann dieses flüssig hier bia design so ein bild von mir was so cartoon mäßig umgestaltet wurde das ist schon mal ganz geil drei verschiedene schriftarten das fand ich auch ziemlich nice das ist jetzt vom sven das ist ja komplett gezeichnet das bin halt offensichtlich ich mit dem corona das ist bisher sogar eigentlich mit meinem favorit das ist schon richtig geil vielleicht werden es auch mehrere designs am ende mal gucken aber wir stimmen das auf jeden fall ab heute wird sich flüssig ernährt gut die schrift ist jetzt nie krass aber die grafik an sich die finde ich halt geil die ist mega sowas feiere ich übelst grüße gehen raus an sven sowas bitte nicht damit kann ich nichts anfangen also wenn dann brauche ich nur den teil hier als png so also das mit dem t-shirt rum danke dass du mir sagst wie es aussieht dann im endeffekt aber das bringt mir halt das ist jetzt mein gesicht auf sven spahns körper gemacht dass es zum beispiel auch misst ich brauche ich eine grafik die zu 100 prozent selbst erstellt wurde das ist zum beispiel auch ganz nice heute wird sich flüssig ernährt sehr einfach gemacht an sich aber aber cool das muss aber halt auch ein bisschen sauberer sein hier und da aber an sich geht das auf jeden fall eine gute richtung finde ich schön dass jetzt zum beispiel von felix also ich habe mich sehr gefreut was ihr in so relativ kurzer zeit hier alles produziert habt kein stress ihr habt doch ein bisschen zeit also bis ende der woche würde ich auf jeden fall noch hier sachen entgegennehmen heute wird sich flüssig am erd das fand ich auch ganz nice hier mit diesem blauen cape was ich um hatte letzten männer tag teuflischer sud steht hier frischer pfeffi zum beispiel so selbst noch ein bisschen kreativ geworden auf der flasche cool auch zum beispiel von der dome ist das was haben wir hier noch das ist das auf dem t-shirt wie es dann aussieht hier hat mir wird einfach eine pdf geschickt also png png heute wird sich flüssig ernährt das ist auch ganz nice eigentlich goldkrone und mein mieses mauer so gut die schrift ist jetzt halt nix krasses so wenn das zum beispiel als bier gemacht werden würde das schon auf jeden fall auch mit in den top 3 ja dann noch das hier das fand ich auch interessant ist mein mieses maul und dann hier also heute wird sich flüssig ernährt das ganz viele dinger ich finde das richtig cool naja was alles so die woche jetzt zusammen kommt also ich habe noch mehr jetzt bekommen mir e-mails aber ich habe jetzt nur mal die als beispiel rausgesucht ja okay so alles was zusammenkommt werde ich dann die zehn besten also was ich als bestes sehr als sauberstes hochwertigstes was am ende auch wirklich auf dem video getragen werden könnte raussuchen und auf instagram posten und dann könnt ihr sozusagen voten was eure top 2 oder top 3 sind und da mache ich dann noch mal so eine endentscheidung und dann schauen wir mal was es wird aber ich finde das richtig cool wieder eure instagram namen nicht vergessen weil ich will euch natürlich auch auf euren sachen dann markieren am ende und ich finde es echt geil wie viele dabei sind hier von euch die da wirklich ein bisschen was können und schon die sachen geschickt haben ich finde das übelst geil sehr sehr schön habe mich richtig gefreut dass die beteiligung so schnell so rege war ich weiß das video bedeutet ein bisschen länger aber ist ja nicht so schlimm ich habe mir ein paar themen wieder aufgeschrieben auf meinen wunderschönen blog und zwar habe ich mich sehr gefreut dass ich die woche abzweigdeckel bei papa platte gesehen habe in seinem live stream ihr habt dem mann also was geschickt beziehungsweise seine fans haben ihm das geschickt immer meine videos gesehen haben und das hat mich sehr gefreut grundgesetze wurden an montana black geschickt da habe ich mir auch eingeschissen vor lachen der türkische grundgesetze geschickt bekommen hat er in der story gezeigt köstlich einfach nur köstlich knossi hat er auch in der vergangenheit ähnliche produkte geschickt bekommen und wenn ihr diesen ganzen amazon und und informationsmaterial und pferdung und proben von dachziegeln et cetera wahnsinn bei anderen streamern und youtuber die auch fanpost entgegennehmen noch etabliert alter wir schaffen etwas bleibendes wir schaffen etwas ganz ganz großes zusammen das finde ich einfach nur geil sind doch wirklich fast alle jeden tag produkte bei amazon ausverkauft eimer sind ausverkauft so viele andere produkte sind einfach komplett ausverkauft die auch einfach gar nicht mehr im sortiment sind beziehungsweise steht da ein zwei monate lieferzeit das ist krank es ist geisteskrank das geht in die geschichte ein dieser wahnsinn hier komplett krank ja einfach nur schön mit euch verdammt geile community dann kam der mindestwein song raus das feedback war ein bisschen durchwachsen weil es auch eine ganz andere richtung geht man muss sich das vielleicht wirklich zwei drei mal noch gönnen also beim ersten mal kann ich auf jeden fall nachvollziehen wenn man das nur einmal gehört hat dass der song irgendwie nie so wirkt also weil ihr auch anders von mir gewohnt seid ihr kennt sonst nur hard tech oder tech oder so was in die richtung oder halt mal so harter rap aber das ging ja so in die seichte trap richtung mit ein paar adlips und so also paar adlips der song wurde übrigens vor mehr als zwei jahren aufgenommen das musikvideo haben wir letzten herbst aufgenommen und jetzt kommt es erst raus gönnt euch das nochmal lasst es nochmal auf euch wirken auf jeden fall ein riesiges dankeschön hat das geile musikvideo das hat der ronnie geschnitten und die anderen credits sind ja auch dort in der beschreibung ich feiere das musikvideo übelst gerade mit diesem fpv thron aufnahmen und so geiles ding wenn ihr noch ein bisschen welle drunter macht kommentare zu spam etc wer es noch nie gesehen hat würde ich mich auf jeden fall freuen die hunderttausend müssen wir noch knacken sonst kann man sich doch gar nicht blicken lassen als musiker heutzutage ja weiter geht's ich habe eine instagram story gemacht wo ich mal wieder mein übliches gequatsche ausgehauen habe hier so nach dem motto weil meine kopfhörer sind jetzt kaputt gegangen meine apple airpods also die normalen die erste zweite generation die gehen einfach nicht mehr sehr schade haben ja aber teuer dienste geleistet mir stehen seit fast einem jahr die airpods pro im regal ich hatte zwei paar weil ich mir die mal erworben habe relativ günstig eins habe ich ja verlost an euch die werde ich jetzt selbst hier nutzen und habe jetzt eine instagram story gemacht danke kuchen tv für die für die airpods pro der hat noch zehn paar übrig schreibt dem einfach auf instagram wenn ihr auch welche haben wollt und da kamen wieder so asoziale nachrichten rüber dass ich liebst aufgeregt eine story ist in ordnung leute reißen sich im riemen ist alles nur spaß hier und bitte bitte bro fickt mich nicht in videoform dafür danke war doch nur spaß hektor panzer und der magere barkeeper haben massiven beef mc bilel die anderen fragen kann ich leider nicht beantworten weil ich sonst probleme in der deutschrap szene bekomme der magere barkeeper ist mit dem lifestyle von ektor panzer unzufrieden und dass der sich so selten blicken lässt ich habe nur einen einzigen lösungsansatz für diese thematik und zwar muss der barkeeper öfter mit nach polis kommen und sich zulaufen lassen glaub mir irgendwann wirst du dich dort einleben und dann wird alles wie früher eheberatung ganz kostenfrei im hause herzberg der super fahrrad gefragt auf der instagram fragerunde welche bekannten leute würdest du gerne mal treffen ist echt eine interessante frage der einzige wo ich so ein bisschen immer fanboy bin schon immer eigentlich ist lindemann also till lindemann der rammstein sänger den wie ich irgendwann einmal getroffen habe in meinem leben übrigens wann kommt endlich die box an geliebter und die sollte freitag ankommen samstag haben sie auch nicht ich mache mir langsam sorgen über 100 euro für das sind geblecht und die leute wollen das unboxing sehen carl lauterbach mit dem würde ich gerne mal ein paar bierchen heben dasselbe gilt für peter münchen und michael schumacher damit ich auch gerne mal treiben der geburtstag von enrico ist ja noch ein statement raus haben das war einfach nur wild das war verfickt wild aber mir geht es eigentlich ganz gut zumindest war ein release in der donnerstag zu freitagnacht da habe ich mit dem ronni mir drei liter wein geteilt noch vodka und jägermeister da hatte ich den größten kater seit ewigkeiten ich weiß nicht wann ich das letzte mal so einen extremen kater hatte so krasse kopfschmerzen dieser scheiß liebliche weinhalter der ist aber so gut reingeflossen furchtbar aber heute geht es mir auch super super ich habe 18 uhr ging die party los sozusagen und 19 uhr genau 19 uhr habe ich einfach dorthin gereiert das ist krass weil das letzte mal dass ich davor gereiert habe wegen saufen war an dem geburtstag vom schender davor wo wir in die in diese feigling hüte reingereiert haben daran kann sich bestimmt noch der ein oder andere erinnern das ist krass ich kotze sonst eigentlich nie aber auf dem geburtstag vom schender muss man genießen der drachenlord hat seinen playbutton bekommen haben auch ganz viele geschickt mich soll dazu ein statement geben und er hat gesagt dass der irgendwie 1000 euro wert sein soll dazu habe ich mich schon im live stream geäußert und zwar zeige ich euch das nur kurz eine sekunde in der glücklichen lage hier beide modelle zu haben es gibt es nicht so viele die beiden haben das hier ist der der alte playbutton der hat einen schönen rahmen aus aluminium metall glasscheibe vorne drin dann diese versilberte plakette aus metall drin und unten steht das dann so hinten samt kann man schon aufhängen geiles teil wie ich persönlich finde dann hat sich youtube gedacht ja wir müssen wahrscheinlich zu viele ausschicken wir müssen das ding mal ein bisschen günstiger gestalten und haben den jetzt hier so designt so sieht der neue aus das ist alles nur ein bisschen metall relativ billig hier zusammengefügt ich weiß gar nicht ob man das sieht hier die ecke nur lieblos zusammengefärscht und auch sehr flach und den neuen playbutton den finde ich einfach nur billig und naja der alte ist einfach tausend mal schöner der ist tausend mal schöner ich glaube da sind wir uns auch alle einig gut der ist auch ästhetisch aber der ist einfach der ist mehr dran so und ich weiß ja nicht was darin 1000 euro wert sein soll außer man versteigert das ding und irgendein fan oder jemand der das sammelt oder sich an die wand hängen will der gibt dann so viel geld dafür aus aber das ding an sich ist nix wert das ist einfach nur dreck sorry der neue playbutton ist einfach nur liebloser ausgestanzter schwamm naja jedenfalls unfassbar dass der gute mann es geschafft hat die 100.000 zu knacken und so wie sein playbutton bekommen hat das ist einfach nur schön ein wunderschön übrigens wenn es ach das habe ich gefragt das habe ich ganz vergessen es ist der 23.5 am 28.5 gibt das urteil hier wegen mimis seinen youtube kanälen am 28.5 falls es pünktlich über liefert wird also bin ich auch gespannt noch weniger als eine woche fünf tage dann wissen wir diesbezüglich mehr so und nun gucken wir mal was wir hier schönes finden ihr gesprächspartner alter 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 kastos alter 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 Oh, jetzt hab ich den schon wieder im Ohr hier. Oh, sie retten mir gerade echt den Arsch. Das ist unfassbar. Ich melde mich wegen ihrer eBay-Kleinzeige, dem Citroen. Ja. Ist das gute Stück noch zu haben? Sie ruhen mir nach wegen dem C1, oder? Ja. Ja, das habe ich noch zu haben, ja. Das ist ja audio-technisch unter aller Kanone, Bruder. Hallo? Was weinen Sie? Befinden Sie sich in einer Badewanne? Nein, nix Badewanne, Junge. Auto, im Auto, ich bin im Auto. Was? Ja, ja, ganz ganz ruhig, Ego. Ich habe gestern auf dem Geburtstag vom Schender einfach mein Handy dort verloren. Hast du das zufällig gefunden? Na ja, klar doch. Ja, von mir Grundschulen. Du schaust fünf Euro mit, sonst kriegst du es nicht. Sie haben einen bayerischen Dialekt? Ein Dialekt, ja. Das ist... Meine Gehörgänge bluten. Na ja, gut. Lass sie putzen. Einmal noch viel Glas nach raus. Ich bin nicht in der Lage, auch nur ein Wort zu verstehen, was sie äußern. Bitte, Bladen. Danke. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Vielen Dank.